Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 23. Oktober mit Anja Wölker. Guten Abend. Im Fall um rechte Chats bei der Essener Polizei könnten weitere Suspendierungen zurückgenommen werden. Acht Fälle werden gerade geprüft, das hat das Personallandesamt der Polizei auf Radio Essen Nachfrage gesagt. Gestern hat ein Gericht die Suspendierung einer Polizistin aufgehoben. Claudia Steinmetz hat mehr dazu. Im konkreten Fall geht es um ein Video, in dem eine Parodie auf Hitler zu sehen ist. Das Video ist sieben Jahre alt. Außerdem ist völlig unklar, ob die Polizistin sich das Video damals überhaupt angeguckt hat, sagt das Gericht. Es hat deshalb angeordnet, die Suspendierung aufzuheben. In weiteren acht Fällen erwartet das Landesamt offenbar eine ähnliche Entscheidung. Deshalb wird bis Anfang nächster Woche geprüft, ob auch diese Polizisten ihre Arbeit wieder aufnehmen dürfen. Bei anderen Polizisten hat sich der Verdacht auf rechte Tendenzen und Rassismus dagegen erhärtet. Ein Fall liegt auch schon bei der Staatsanwaltschaft. Ihr habt es bei uns gehört, in der Senioreneinrichtung Bettina von Ahn im Haus in Stadtwald gibt es mehrere Corona-Fälle. Mittlerweile sind acht Bewohner positiv auf das Virus getestet worden. Auch drei Mitarbeiter haben Corona. Es laufen weiter Tests. Aktuell ist das Heim in Stadtwald komplett abgeschottet und es gibt ein Besuchsverbot. Die Stadt gibt derweil etwas Entwarnung. Allen Bewohnern würde es den Umständen entsprechend gut gehen, heißt es. Auch eine Kita ist aktuell komplett geschlossen. Die Kita Heidbusch in Schönebeck. Dort haben ein Kind und vier Mitarbeiter das Virus. Die steigenden Corona-Zahlen haben auch Auswirkungen auf die Kirchen in Essen. Das Bistum hat für die katholischen Gottesdienste jetzt auch eine Maskenpflicht am Sitzplatz verhängt. In der letzten Zeit durfte man die Maske am Platz noch abnehmen. Für die evangelischen Kirchen kommt die Vorgabe von der Landeskirche. Auch dort gibt es durchgängige Maskenpflicht im Gottesdienst. Gestern Nachmittag ist an der Zeche Eintracht in Freisenbruch ein großes Feuer ausgebrochen. Gestern Abend um halb elf waren die Löscharbeiten erst abgeschlossen. Die ganze Nacht mussten aber noch Glutnester kontrolliert werden. Die Ursache des Brandes ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Schwer getroffen sind die Karnevalisten Esna Gänsereiter. Denn in der Halle haben sie mehrere Wagen, einen Imbisswagen und Werkzeuge stehen. Wir sind offenbar ganz kräftig betroffen, haben sie uns auf Radio Essen Nachfrage gesagt. Bisher durften sie nicht in die Halle rein, weil sie einsturzgefährdet ist. In Altendorf hat es einen unglaublich brutalen Angriff auf eine junge Frau gegeben. Die Frau lag mit mehreren lebensgefährlichen Stichverletzungen in einem Treppenhaus in der Wohnstraße und blutete stark. Sie wird auf der Intensivstation im Krankenhaus behandelt. Was genau passiert ist, dazu gibt es noch keine genauen Hinweise. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Der Angriff war schon in der Nacht zu Donnerstag. Der Fall wurde aber jetzt erst veröffentlicht, weil die Polizei die Ermittlungen nicht gefährden wollte. Wo ihr euch melden könnt, wenn ihr Hinweise zu dem Fall habt, lest ihr in unserem Nachrichtenartikel auf radioessen.de. Duisburg, Herne, Düsseldorf. Die Städte haben schon die Notbremse gezogen und ihre Weihnachtsmärkte abgesagt. Die Essen Marketing hält am Weihnachtsmarkt in der Innenstadt weiter fest. Man habe ein gutes Hygienekonzept mit genug Abstand und an der frischen Luft, hat der EMG-Sprecher im Interview bei Radio Essen gesagt. Das ganze Interview zum Weihnachtsmarkt könnt ihr auf unserer Webseite auch nachhören. Die Bundesregierung bereitet aktuell mit den Ländern die künftige Impfung gegen das Coronavirus vor. Wenn alles gut geht, stehe ein Impfstoff Anfang kommenden Jahres zur Verfügung, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Durch eine technische Panne ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen heute zu niedrig. Das Robert-Koch-Institut hat den Fall bestätigt. Die fehlenden Fälle aus NRW sollen in die Infektionszahlen für morgen einfließen. Und zum Schluss? Der Blick aufs Wetter Das Wochenende startet mit vielen Wolken, es regnet nur selten, es weht ein stärkerer Wind bei maximal 15 Grad. Am Sonntag sieht es ähnlich aus, Wolken, etwas mehr Regen und viel Wind. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt's morgen früh ab halb acht bei Radio Essen im Programm. Euch ein wundervolles Wochenende. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de Und überall da, wo es Podcasts gibt.